ein letztes mal in dieser reise sozusagen von der ostküste usa melden wir uns heute und ich weiß einigen wird es schwer fallen ihr habt eine morgendliche routine frühstück und unsere filme gucken entwickelt jetzt müsst ihr euch ab morgen etwas anderes suchen wir sitzen schon am flug haben es geht gleich los der uwe hat sich was sehr großes zu essen geholt was gibt es keine ahnung überraschungsmenü vielen dank für die vielen zuschauer es hat uns sehr gefreut und ja bis zur nächsten reihe in dieser art und weise das sieht ja echt sehr gut macht's gut auf bald und danke nach einer flügelmeilen abliegen auf die nation so ich Ja, das ist eine Grenze, aber... Ja, schon vor allem, du kannst mich schon mal weg. Echt am Wasser. Ich muss gestalten, oder? Ich muss gestalten, oder? Untertitelung des ZDF, 2020